Ja, Jay hat doch immer gesagt. Ja, Jay hat doch immer gesagt. Weil du schon alles gemacht hast, ey. Die Leute haben ein ganz falsches Bild von dir. Ja, ohne Spaß. Ich war schon im Knast. Ich handel mit Math. Ich ficke Kinder. Ich bin schwul. Was könnte man jetzt auch schön daraus schreiben? Ja. Auf jeden Fall am Ende. So ohne Kontext. Einfach nur. Hitler finde ich cool. Ich wäre am liebsten Hitler. Also gehen wir für Adolf. Antisemitismus ist schon mal ziemlich gut. Die beste Antwort ist... Hakenkreuz. Ich bin SS. Ich bin SS, Leute. Ich hasse die Generation, die gerade heran sitzt. Und ich weiß, Sepp ist so der Erste, die von uns zutrauen würde. Ja, der wird Kinder irgendwie in den Wagen locken. Genozid ist auch nicht schlecht. Ja. 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 Das stimmt. Ohne Scheiß. Jawohl, Mann. Auschwitz war doch safe, Alter. Adolf Hitler, meine Freunde. Da ist er doch. Da ist er doch, der Gude. Doch. Alter, ich boxe die Frau. Die ist bestimmt schwanger. Weg mit dem Kind. Und nachdem er gespielt hat, kommt das Baby in die Waschmaschine. I like little kids. Die Stadt ist unfassbar sauber. Du siehst wirklich keine Ausländer. Ja, aber die Haare, die ich auf dem Kopf habe, hast du dafür wenigstens unten im Schreck. Dafür habe ich deine Glanzung bei mir unten im Schreck. Guck mal, dazu die Kinder nämlich. Ja, sexy. Doch, ich bin dement und schwachsinnig. Und war betrunken. Sehr gut. So. Christian, ich hoffe, meine Rechtsorientiertheit ist für dich ein klares Zeichen. Antisemitismus. Halt dich auch für eine gute Sache. Hau drauf. Halt dich da drauf. Halt dich da drauf.